Mit dieser Musik kriegt man direkt gute Laune, da sieht man mich schon wieder im ZDF-Fernsehgarten, wie ich Kiwi knutsche. Ich weiß nicht, ob sich's rumgesprochen hat, ich bin seit vier Wochen mit Heidi Klum zusammen. Jetzt wisst ihr auch, warum Heidi Klum vor vier Wochen Jeremy's Next Topmodel nur sitzend modellieren konnte. Oh, sind Kinder hier. Das haben die nicht verstanden. Nein, nein. So, es gibt das neue Album hier. Wir rennen mal fleißig Leute rum, ja, also wir machen auf jeden Fall gleich, wer eine CD natürlich gekauft hat, kriegt ein Autogramm von mir. Auf die CD kriegt natürlich ein Foto mit mir, also diese Menschen, die eine CD kaufen, werden natürlich erstmal bevorzugt behandelt. Das ist einfach so, ne? Ja, und dann, ähm, ja, Schatzi schenk mir ein Foto, kommt für dich. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von mir. Ja, die machen wir nächstes Mal wieder. Die ist auf dem Album diesmal nicht drauf, aber nur noch Schuhhahn ist drauf und auch der nächste Titel, der schönen Wolfgang Petri-like, äh, der macht ja nix mehr so wie gehört hat. Dann. Dann.